So, willkommen hier bei Skyrim, ja, und Patroller, was da ist, aber ich kann es jetzt bestehlen. Ja, ne, will ich jetzt eigentlich nicht lesen. Kann jetzt schon, weil ich jetzt eine Quest für die gemacht habe, kann ich jetzt... Ich. Oh, weil dann der ein Pelz dran hat. Na, ich zurück! Hat nichts gemacht. Stiefel brauch ich nicht. Ne, das lasse ich. Das ist Syrigo. Ja, das ganze Zeit brauch ich nicht. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Das ist halt ein bisschen komisch, jetzt kann ich die recht ausrauben, außer die von den Klaue, die kann ich nicht mitnehmen, aber sonst kann ich eigentlich alles machen. Ja, und ich habe vergessen, den Wecker zu stellen. Goil. Dann muss ich jetzt kommen, wie lange ich aufgenommen habe, vor allem dann die Affe wieder anzustecken. Ne, um dann die richtige Zeit hinzukriegen. Ja, schlägt die Affe. Nein, danke. Ja, dann sehen wir uns gleich. Da bin ich wieder, Skyrim. Ja. Ja. Was wollte ich noch sagen? Da hat's ne... Ich wollte allgemein verkaufen. Mach mal in den Handelskonto. Ich will Dinge verkaufen. Ja. Vielen Dank, dass ihr und ich... Für manche ist es Ransch. Für mich sind es Schätze. Ah, das ist nix an das Bauch. Das 2 nicht. Ne, halt, fuck, die habe ich ja an. Ich weiß nicht, jetzt... 46, wenn ich es verkaufe. Ah, 7, halte ich mal vor. Für was? Für was? Die ist 2 hin nicht. Die Bogen brauche ich. Beide brauche ich. Das Schwert brauche ich auch nicht. Die Examen brauche ich nicht. Beide brauche ich. Jagd brauche ich nicht. Das würde Schaden. Ah, hätte ich gern nichts verkaufen müssen. Gott, was liegt mir. Soll ich an der Kleidung? Das brauche ich nicht. Habe ich sonst irgendwas? Weil das Magi-Card-Zeug hat. Das verkaufe ich, glaube ich. Das... Komm, ich hoffe. Ich brauche Geld. Die Zaubertränke, die wiegen nicht so viel. Die habe ich mal auf. Essen, wo ich da aus, dass es mehr als 1 wiegt. Ich denke mal, Bücher wird da auch nix. Was? Sonstiges. Und jetzt... Und Holzschädel. Aber mit dem kann ich wenig anfangen. Jetzt behalte ich mal. So, gucken, was das alles hat. Der hat mein Ramsch. Das ist schlecht. B. Ben bitte. Eisenrüstung. Beschlagene Rüstung ist scheiße. Die Tücher da ganz viele. Eisendolch. Eisenerz. Eisenhelm. Mhm. Aus da steigert's. Was Gutes. Ist wirklich nützlos. Mhm. Das ist was richtig geiles. Aber nur wenn man Beschwerungen sitzt. Aber nur wenn man Beschwerungen sitzt. Mhm. Veränderung der Herstellung. Will ich alles nicht. Den könnte ich mal kaufen. Noch ein bisschen interessant. Ganz viele Zauberbücher. Zaubertränk habe ich. Zauberbuch. Zombie Erwecken. Leichter Schutz. Ketteschlüsse. Ich weiß nicht. Soll ich mir ihn kaufen. Alles was kriegt man ja bestimmt. Den kaufen wir lieber. Zeig den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Das ist gut. Vielleicht noch. Glaub ich das nehme ich mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Dann gehe ich wieder raus. Hau ich dann ab. Und ich hab schon. Ich bin nicht unfähig. Sauber. Bücher. Nein einfach mal Bücher. Magie. Wo ist es bei Illusion? Das passiert. Ssrs. Schon kurz. Ehhh. Jetzt glaube ich eigentlich 3 Eisenschein mehr. Drücke halt 3. Ja, ist gut. Ich würde gerne mal eine Begleitung. So. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich weiß auch nicht, ich rede noch mit der. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Horde vorbei, in der Mühle. Wie komme ich von hier noch? Weißlauf, was muss ich wieder retten? Überquert den Fluss und reist dann nach Norden. Ihr werdet Weißlauf auf dem Hügel sehen, wenn ihr an den Wasserfällen vorbeikommt. Hm. Ich glaube, wer vorhin ich nehmen könnte. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Mhm. Die trägt richtig geil. Die trägt richtig geil. Sonst klingt das gut, dass... Das ist richtig geil und das... Nein, mehr wirklich nicht. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Kann den... Äh, gleich mal was anlegen. Bei Bekleidung... Hab ich einen Ring gekriegt. Anlegen. Das ist mein Schal... ...Blockern besser. Das hab ich schon was für sonst gemacht. Da ist noch der Kerl, der mir eigentlich was falsch war, aber... Für... Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Neu... Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Hm, brauche ich denn? Ne, brauche ich nicht. Also gut. Könnte mir zwar die Schießkunst... Ja, das ist so ein Trick. Mit dem... Äh... Dass ich... Ähm... Kostenlos die Schießkunst höher bringe, indem ich... Ähm... Ihn als mein Quert nehme. Dann kann ich in sein Inventar schauen. Dann rede ich mit ihm und sag ihm, er soll mir die Schießkunst beibringen. Dann krieg ich das immer höher. Und dann kann ich immer das Geld wieder aus der Tasche nehmen. Was ist das eigentlich ganz cool? Das du... Nehm ich mit. Alles wird hier mitgenommen. Ich geh jetzt so einfach quer für da. Ich hab mir Bock gegen den Weg zu suchen. Ich hab auch einen Bock auf dem Weg. Ich könnte mich zwar abporten, aber... Ne... Soll er ein bisschen die Landschaft sehen, so. Och... Geil. Also... Für den Ausblick einfach, ne? Ich muss schon sagen. Hammer. Oh, ein Hirsch. Ja, kann bleiben. Ja... Sprinting. Like Boss. Äh... Hier irgendwo. Boah. Ah. Ich bin drauf. Oder vor allem. Kämpf. Dalloyah. Ich muss aufpassen, dass ich sie nicht angreife. Ich speicher mal kurz. Das ist der richtige, ja. Ich weiß die, also ist der Schlag. So, wie jetzt. Das ist die ausversehende Schlag. Ja. Das war dumm. So, hat sich das hingefängt. Das ist ein Fall. Ihr seht stark aus. Kommt nach Joraska und werdet ein Gefährte. Ich bin es leid, den ganzen Tag nur zu reden. Das sind... Ach, das sind seine Städte im Krieg. Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich. Nord. Talos. Wen interessiert das schon? Sag mir einfach, wen ich verprügeln soll. Woher sind die Gefährten? Die Gefährten sind meine Familie. Wir kämpfen, damit andere nicht kämpfen müssen. Wir bringen uns und den anderen Ruhm und Ehre. Oh, durch den Gefährten angeschlossen. Wilkers und ich sind seit Kindesbein hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ihr schlaft euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Was ist dein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Also gut. Also es ist halt noch. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Kommt nach Yorvaskar, wenn ihr als Kämpfer etwas auf euch gebt. Der Zirkel vergibt hier die Aufträge. Das sind Ayela, Skioro und die Brüder Farkas und Wilkas. Kotlak berät sie zwar, gibt ihnen aber nicht wirklich Befehle. Bis zum nächsten Mal. Ihr seht stark aus. Ihr seht stark aus. Kommt nach Yorvaskar und werdet ein Gefährte. Ja, sag's doch noch 20 Mal, wo sind die anderen hin? Was braucht ihr? Ja. Ihr schlagt euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Zwei der Führer waren hier gerade. Na, Führer ist ein schlechtes Wort dafür. Ja, aber der Anführer von den Schild-Typen. Jetzt weiß ich was. Bla bla bla. Ja. Ja, jetzt bin ich bei den Stellen. Und jetzt mach ich kurz einen Cut, weil ich schon wieder nachschauen muss, wie viel ich aufgenommen habe. Nicht, dass ich viel ausnehme. Nicht, dass ich viel ausnehme. Ja. 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 1. Bc 1